was hast du mir bestellt? ja wie müsst ihr ihn sehen? Mischung. sag das noch mal. das ist karamellkuchen. oh was schmackelig. das ist übrigens der neue orwa-pullover. die kommen bald raus. zeige ich ihm kurz. jetzt mach ihm deine pose. das habe ich da aus optikgründen hingelegt. unser café hat eröffnet. café klontchen. habe ich da verlinkt. könnt ihr mal abonnieren. wenn ihr bock habt. kommt vorbei. ist wirklich schmackelig und süß hier. wir müssen leider draußen essen. weil drinnen ist es zu voll. aber ich mag ja gerne baustellen flair hier. moin theo. udo hat gesagt früher war alles besser. zum beispiel klobürsten. die waren früher von der qualität besser. aber teo du warst nie so ein fischer wie udo oder? hey das verliert man auch. wenn du einen fischer hast du ja vorstelle. wieso? tschüss teo. ja tschüss teo. wer hat denn gesagt so ein fischer wie udo das kannst du nicht. ich bin vier mal in der woche mindestens in der halle. warst du vorhin noch zu mir gesagt heilen fußball muss immer zack zack gehen. ja. da kann man nicht lange warten. das ist auch platz schon so. das ist auch platz schon so. wenn die gucken und warten dann sind die ball los. ja. wirklich. ist so. und das stößt? ich bleib auch nicht vom tor. ich stoppe die ball an, müssen die noch anderen fuß legen und dann kommt der verteidiger dann sind die ball los. und wie hast du das gemacht? so einfach he? und wie machst du das? immer direkt zack zack zack. vorher schon eine ecke ausgeguckt. das muss man. ehrlich. fummeln, teo. dann kann man zuhause. zu neunzig sind wir immer in lange ecke. es sei denn du suchst das tor, was hier in lange ecke steht. ja. das ist noch ein ding. man kann es mal nicht hören. hab ich auch mal mal mal. aber einmal bin ich mir nicht erlaubt. ja. das ist noch ein drab. ja. das ist noch ein ingang. Bis zum nächsten Mal.